Herzlich Willkommen zum 9. Oberaargauer Entenrennen mit 1700 Enten. Haben Sie es heute bereit? Ja! Also, wir werden noch einmal die Countdown-Chore von 5 um den Abend. Achtung, fertig, los! 5! 4! 4! 5! 5! Los! гоivalent Would you like to get ready? gründel Achtet, Achtet, du! Die andere Fälle erfährt dich! Wieakkau Für die neue Ehefrau zum 1. Die�� ist vor allem einen Hirnsteinen, sie nehmt sie vor interfauen, ihmわ峠 gerät mich, ただ wirklich seize undвонig Und so langsam machen sie sich auf die Hölle. Wir haben ein paar Schiss, die schwellen ab. Sie sind jetzt hier oben auf der Ecke. Wir hoffen noch etwas am Trockenen. Wenn wir dann im Ziel haben, etwa so die Führung an die Höhe finden, dann hat er eine Verkündigung in die Festsaal gefahren. Oder auch die Preise gerade anfallen. Und jeder, der eine Renn-Lizenz hat, weiss es ja. Wo kauft die Renn-Lizenz? Dann wird er auch eine Ente spielen. Die Renn-Lizenz 2 Schuss Das war eine Habe von Klavier, Musik 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 Ich hätte es nicht gedacht, dass wir jetzt so schnell stehen und wir sind gerade am tiefen Wachsenstand. Sehr guter Stratz, auch das Hobby-Otty. Ja, aber jetzt sind wir mit der Hälfte willkommen, im Namen von Ratshausen, wo zum München aber auch da ist eine Eintenreine. Ich muss noch einmal wahrhaben, wie schnell die ersten da sind, aber dass sie wirklich gerade so schnell da sind, haben wir jetzt nicht gedacht, mit dem geöffneten Wachsenstand. Es ist gut, dass wir heute auch seine HD-Technologie haben, dass sie hochfahren können, mit Video- und Kamerafahrten. Das war's. Das war's. Na livro. Untertitelung des ZDF, 2020